Fragen wir einen, der aus der CDU kommt. Roderich Kiesewetter ist heute bei uns, Außenpolitiker der CDU und eben das Gründungsmitglied des Bündnisses Sarah Wagenknecht, Klaus Ernst. Wir sprechen über die Ukraine, aber sicherlich auch das, was thematisch dann zur Wahl steht. Herzlich willkommen, Klaus Ernst und Roderich Kiesewetter. Guten Abend. Hallo. Herr Kiesewetter, Sie haben, wenn wir mit der Ukraine, und das ist das dringendste Thema heute, anfangen, Sie haben gesagt, ganz am Anfang des Krieges und immer wiederholt, dieser Krieg muss von der Ukraine gewonnen werden. Jetzt sind wir kurz vor dem zweiten Jahrestag. Es ist schwierig, um es mal vorsichtig auszudrücken. Glauben Sie immer noch, dass die Ukraine diesen Krieg gewinnen wird? Der Punkt, Frau Maischberger, ist nicht, dass ich gesagt habe, die Ukraine gewinnt den Krieg, sondern die Ukraine muss den Krieg gewinnen, weil er sich sonst ausweitet. Weil Putin in der Frage, was er denn vorhat, gesagt hat, die Ukraine hat kein Existenzrecht, Weißrussland hat kein Existenzrecht und Moldau wie auch die baltischen Staaten gehören zur russländischen Föderation. Das heißt, wenn die Ukraine fällt und nicht in ihren Grenzen bestehen bleibt, weitet sich der Krieg aus. Das ist die große Sorge, die zunimmt, weil wir auch die Bedrohung Putins gegen Lettland sehen, weil wir auch sehen, wie Putin gesagt hat, und ich brauche gar nicht verhandeln, es fällt mir alles zu. Das heißt, Sie wollen, dass die Ukraine den Krieg gewinnt, weil sie es gewinnen muss? Wenn wir die Ukraine aufgeben, werden Millionen Ukrainerinnen und Ukrainer, das war ja vorhin auch Thema, das Land verlassen und werden den sicheren Weg suchen. Und wir müssen begreifen, dass Russland nicht alleine ist. China, Iran und Nordkorea unterstützen die. Wir haben eine unheilige Allianz, die einer ganz guten Lastenteilung miteinander arbeitet und uns Europäer aussteuert. Und deshalb mehr für die Ukraine. Herr Ernst, Sie haben von Anfang an in diesem Konflikt gesagt, wir dürfen nicht die Waffen liefern. Wo wäre die Ukraine heute ohne diese Waffen? Naja, wenn wir diese Waffen nicht geliefert hätten, wäre vielleicht der Krieg schon vorbei. Und Hunderttausende von Soldaten hätten ihr Leben noch behalten. Wir haben entsprechend amerikanische Quellen von 400.000 Toten in diesem Krieg. Das ist mir eindeutig zu viel. Und die Aussage, der Krieg muss gewonnen werden, die habe ich auch schon oft gehört. Und da würde dann auf die Frage, warum, weil er gewonnen werden muss. Das ist meine Begründung. Das war eine Begründung eines Ministers aus der Bundesregierung. Und da sage ich, das ist mir zu wenig. Aber Sie haben die Begründung von Herrn Kiesewetter gehört. Also deswegen gehen Sie auf die Hände. Es wird unterstellt, dann würde Russland weitergehen. Es ist ja nun bekannt geworden, aus den Verhandlungen, die bereits am Anfang des Krieges stattgefunden haben. Was die russische Position war, das hat der Fraktionsvorsitzende der Partei, der Präsident der Ukraine angehört, gesagt. Er hat gesagt, die Russen wollten eigentlich, dass wir neutral sind, dass wir nicht in die NATO gehen. Und das ist nicht akzeptiert worden. Ich frage mich, was ist so schlimm an dem Status der Schweiz, was ist so schlimm an dem Status, den Finnland hatte. Wenn der Westen auf diese Debatte eingegangen wäre, hätte der Krieg überhaupt nicht stattgefunden. Aber er hat stattgefunden. Jetzt findet er seit zwei Jahren statt. Wären Sie jetzt dafür, dass man die Waffenlieferungen sofort einstellt, um ihn zu irgendeiner Art von Lösung zu bringen? Ja, ich wäre dafür, dass man tatsächlich die Waffenlieferungen einstellt und dass man tatsächlich jetzt endlich beginnt zu verhandeln. Und ich weiß nicht, Herr Kujat war ja mal der oberste Vorgesetzter. Sie war ja Soldat. Herr Kujat war der oberste Militär, der oberste Befehlshaber der Bundeswehr. Und er hat vor kurzem in einem Interview erklärt, dass dieser Krieg aus seiner Sicht nicht gewonnen werden kann, dass es vollkommen absurd ist, deshalb weiter Waffen zu liefern. Und dem würde ich mich anschließen. Also nicht eine ideologische Position, sondern, das hätte ich nie gedacht, dass ich so argumentiere, als mit einer, der eher immer schon in der Friedensbewegung war. Aber ich zitiere den höchsten Militär dieser Republik, die er war, Vorsitzende des NATO-Rates und sagt, hört auf mit diesem Krieg, er ist nicht zu gewinnen. Und jede Waffenlieferungen weiter verlängert den Krieg. Waffen sind auch Abwehrwaffen im Zweifel. Bilder, die wir jeden Tag bekommen und die ich Ihnen gerne zeigen möchte, zeigen das, was in den letzten Tagen alleine in der Ukraine passiert ist. Es werden Städte angegriffen, es werden Dörfer angegriffen, es wird die zivile Bevölkerung angegriffen, wenn keine Waffen geliefert werden. Herr Kiesewetter, ist dann auch die Luftabwehr davon betroffen? Ich bin entsetzt über das ziemlich empathielose Bewerten des russischen Vorgehens. Es geht darum, dass 14 Millionen Menschen innerhalb und außerhalb der Ukraine auf der Flucht sind, dass Russland sich rühmt, 700.000 Kinder entführt zu haben. Die Ukrainer sprechen von 20.000, wo sie nicht wissen, wo sie sind. Es geht darum, dass jeden Tag furchtbare Ängste sind. Ich war jetzt während des Krieges fünfmal vor Ort, bin in wenigen Wochen wieder da. Ich sage, die Russen nutzen ungeheuer aus, dass der Westen sich nicht einig ist in der Unterstützung und sie bekämpfen ja kaum das ukrainische Militär. Sie zerstören, wie sie sehr anschaulich zeigen, Krankenhäuser, Wohnanlagen. Sie zerstören Elektrizitätswerke. Sie setzen auf Flucht, sie setzen auf Vertreibung. Wir haben dieses Jahr Europawahlen. Die wollen, dass Millionen von Menschen dieses Land verlassen. Sie müssen das Herrn Ernst sagen. Nein, Herr Ernst weiß das ja und wir haben uns auch nicht gegenseitig zu überzeugen. Der entscheidende Punkt aus meiner Sicht ist, nein, Sie wissen selbst, das Entscheidende aus meiner Sicht ist, dass wir begreifen, dass Russland gar nicht verhandeln wollte. Als Russland vor Kriegsbeginn im Januar gefragt wurde, was denn ihr Ziel sei, dann sagten sie, Abzug der Amerikaner aus Europa, einschließlich der Nuklearwaffen, Austritt aller früheren Warschauer Paktstaaten aus der NATO und Austritt aller früheren Sowjetrepubliken, das war auf die drei baltischen Staaten gemünzt, aus NATO und EU. Das heißt, eine Umkehrung der Friedensordnung, die wir seit 1990 haben. Putin hatte nie etwas gegen die NATO-Erweiterung und das erwähnt er ja auch gar nicht im Krieg gegen die Ukraine. Er sagt, die Ukraine muss entnazifiziert und demilitarisiert werden, aber er bekämpft die Zivilbevölkerung. Und es war Prigozhin, den er dann umgebracht hat, der gesagt hat, wir sind einmarschiert in die Ukraine und wir haben gar keine Nazis vorgefunden. Wir haben unsere Armee ruiniert. Das war Prigozhin. Dafür ist er gestorben. So, Herr Ernst, Sie sehen die zivile Zerstörung. Ja, das ist Folge des Kriegs und deshalb muss er beendet werden. Weniger Krieg, weniger Krieg heißt weniger Zerstörung, weniger Leid. Übrigens ist es ja nicht so, dass die Ukrainer da alle mit Hurra-Patriotismus bei der Sache sind. Entschuldigung, wir haben 200.000 Soldaten, offen soldatenfähige Männer, die hier in der Bundesrepublik leben. Die würden Sie gerne zurückschicken in die Ukraine, habe ich gelesen, zum Kämpfen. Die sind hier. Das habe ich nicht gesagt. Ich habe es gelesen im Interview. Nein, nein, entscheidend ist vielmehr, nein, ich will das mal sehr deutlich ansprechen. Es sind über 600.000 Menschen, Männer im wehrfähigen Alter in ganz Europa. denen wir keine Angebote machen, dass sie im Heimatschutz, im Zivilschutz, im Katastrophenschutz arbeiten. Natürlich können sie auch, wenn sie es wollen, an die Front. Aber viel wichtiger ist, was gerade in der Ukraine passiert. Sie sind hier weggelaufen. Nein, es sind doch weg von der Ukraine. Die wollen nicht mehr kämpfen, darum sind sie nicht mehr da. Aber Sie dürfen das. In Russland werden Sie erschossen. Und in der Ukraine werden Sie über die Ukraine verlassen. Nein, wir reden über Russland. Wir reden doch über die These, Moment, bleiben wir bei einem. Wir reden über die These, dass die alle kämpfen wollen. Und wenn 200.000 offensichtlich nicht mehr kämpfen wollen, die hier in der Bundesrepublik sind. Die Leute sind kriegsmüde. Allein schon dieser Begriff. Die haben keine Lust mehr auf diesen Krieg. Die Leute werden dort von Vans auf der Straße gekrallt, um an die Front geschickt zu werden. Die wollen doch nicht hin. Die Menschen wollen Frieden. Und Frieden kriegen dadurch, dass wir jetzt folgendes Mal zur Kenntnis nehmen. Das Argument müssen Sie bitte einmal übergeben. Also, dass die Menschen nicht kämpfen wollen. Bitte. Die wollen nicht kämpfen. Sonst wären die ja nicht hier. Die Ukraine hat über 800.000 Soldaten im Einsatz. Wie viel verloren? Die Russen haben anderthalb Millionen im Einsatz und eine halbe Million verloren. Die Russen nehmen überhaupt keine Rücksicht auf ihre Soldaten. Sie haben Gefängnisse geleert. Wie viele von den Ukrainen sind schon gestorben? Und wie viele werden weiter sterben? Es sind über die Ukrainer verteidigen ihr Land. Sie leben für ihr Land und sie setzen ihr Leben dafür ein. Und in der Bundesrepublik hoffe ich, dass wenn der Krieg sich ausweitet, wir nicht die Umfrage bestätigen, die wir hatten, dass ein Viertel der Bevölkerung das Land verlassen will, sondern wir müssen, wie der Verteidigungsminister sehr richtig sagt, aufpassen, dass der Krieg sich nicht ausweitet. Und die Bundeswehr ist nicht verteidigungsfähig. Und wenn die Ukraine fällt, wird Russland uns testen, wie er schon Lettland antestet. Ich warne, auch meine Damen und Herren, die zuhören, ich warne davor, dass wir das verharmlosen. Sie reden nur über die Ukraine. Russland opfert ethnische Minderheiten. Und Russland nimmt überhaupt keine Rücksicht. Als Zelensky verhandeln wollte, als Zelensky gesagt hat, ich verzichte auf die Krim, ich verzichte auf die NATO-Mitgliedschaft, war die Antwort von Putin, Butcher, Irpin, Mariupol, wo allein im Theater 800 Kinder ums Leben gekommen sind. Es sind Kriegsverbrechen, die Russland begeht. Das ist unbeheurer Art. Und wenn Russland aufhört zu kämpfen, ist der Krieg zu Ende. Wenn die Ukraine aufhört zu kämpfen, hört die Ukraine auf zu existieren. Und dieses Volk will kämpfen und möchte überleben als ein Land. Wie kriegt man es hin, dass Russland... Das ist ja genau das Argument. Sie sind sich einig. Sie wollen, dass der Krieg zu Ende geht. Wie kriegt man es hin, dass Russland aufhört zu kämpfen? Sie sind jetzt im Bündnis Sarah Wagenknecht. Ihre Partei-Chefin hat mit Ali Schwarzer ja diese große Friedensdemonstration gesagt. Und Ali Schwarzer hat gerade gesagt, und greift Marie-Agnes Strack-Zimmermann an, die ja für Waffenlieferungen ist. Weil sie sagt, die Busenfreundin der Waffenindustrie trägt mit ihrer Kriegspropaganda zu täglich mehr Vergewaltigung und Toten bei. So ist es. Je länger der Krieg dauert, desto weiter gibt es, desto länger wird es diese Verbrechen geben. Das heißt, Sie glauben, man kann die Russen nicht dazu bringen, aufzuhören zu kämpfen? Doch. Indem man Verhandlungen einleitet. Indem man jetzt den Ist-Zustand an der Grenze akzeptiert und sagt, wir machen an dieser Grenze einen Waffenstillstand. Und wir machen dann eine Politik, die die Sicherheitsinteressen auch Russlands mit einbezieht. Ihr oberster Oberbefehlshaber, Herr Kujat, sagt zum Beispiel, es ist... Es ist nicht mein Oberbefehlshaber. Außerdem ist er seit 20 Jahren... Ja, aber er war es, aber er war es so. Aber er ist ein Militär, ein führender Militär dieser Republik. Auch Herr Watt hat ähnliche Positionen, der war vor kurzem noch Kanzlerberater. Auch ein Militär, auch ein General. Musste deshalb gehen. Darf ich mal... Was sagt er denn? Also, es gibt eine ganze Reihe von Militärs, die sehr vernünftig argumentieren. Die sagen mir erstens, Sie sehen überhaupt nicht, dass Putin mehr will, als wie das die Ukraine keine Raketen stationieren kann, die die russische Föderation von der Ukraine aus erreichen. Das sagen die. Und deshalb zerstört er die Wohnung? Nein, nein, nicht langsam. Und weil die Argumentation geht weiter und sagt, wenn der Westen darauf eingegangen wäre, auf die Sicherheitsinteressen Russlands, dann wäre der Krieg gar nicht zustande gekommen. Und die kommen jetzt beenden. Indem man die Sicherheitsinteressen beider Länder akzeptiert. Einmal die Sicherheitsinteressen der Ukraine, aber andererseits auch die Sicherheitsinteressen Russlands. Und aus ihrer Geschichte heraus hat Russland ähnlich übrigens auch wie die balklischen Staaten oft die Erfahrung gemacht, ist nicht so einfach mit dem Frieden, aber die Erfahrung haben die Russen auch gemacht. 25 Millionen Tote Sowjets im Zweiten Weltkrieg. Also man muss auch deren Sicherheitsinteressen berücksichtigen. Wenn man das tut, kann man eine Friedenslösung machen. Erstens Waffenstillstand, zweitens Friedensverhandlungen unter Einbeziehung der Sicherheitsinteressen beider Länder, dann haben wir eine Chance für Frieden. Sonst geht das Morden und das Töten weiter. Ihr Argument, Verhandlungen. Es gibt ja Verhandlungen, es sind gerade Kriegsgefangene ausgetauscht worden. Also wenn man über die verhandeln kann, ist ja das Argument immer, warum nicht auch dann verhandeln über militärische Fragen. Genau. Also zunächst mal die Sicherheitsinteressen der Ukraine sind Mitgliedschaften in der NATO und der Europäischen Union. Und die Sicherheitsinteressen Russlands sind ganz eindeutig, wie Putin es mehrfach gesagt hat, den Zerfall der Sowjetunion rückgängig machen. Und Länder, die mal Teil der Sowjetunion waren, wieder zu integrieren. Das geht um die baltischen Staaten, es geht um Moldau. Das heißt, die Freiheitsbewegungen dieser Länder, die um ihre Freiheit, gerade litauisches Parlament, hat Gorbatschow beschießen lassen, 20 Abgeordnete ums Leben gekommen, die Freiheitsinteressen dieser Länder würden damit aufgegeben. Wir würden das Vorgehen Russlands zur Blaupause machen, Chinas gegenüber Taiwan, Irans gegenüber Irak. Es würde einfach nur international zeigen, dass es sich lohnt, gegen die regelbasierte Ordnung, gegen die Souveränität einzelner Staaten vorzugehen, um sie dann auszuhöhlen und dann Rollenmodelle für andere zu schaffen. Wir haben 30 Jahre die Friesen gehabt. 30 Jahre. 40 Jahre. Die Sicherheitsinteressen Russlands. Die Ukraine hat 1994 auf ihre Nuklearwaffen verzichtet. Hätte sie das nicht getan, sie wollte nicht mit Nuklearwaffen in die Richtung Europäische Union oder NATO gehen. Sie wollten zeigen, dass man Nuklear abrüsten kann. Das bereuen sie heute zutiefst. Und das ist der Grund, warum der Iran nicht davon ablässt, Nuklearwaffen sich anzuschaffen. Deswegen, glaube ich, ist das ganz entscheidend, dass wir deutlich machen, wenn Putin nicht verhandeln will, er hat es mehrfach gesagt, Naryshkin hat gesagt, sein Chefverhandler, wir haben die Zeit, Sie brauchen nicht den Kopf schütteln, wir haben die Zeit und eure Uhr läuft ab. Und Putin sagt, er braucht die gesamte Ukraine und er möchte auch Weißrussland haben und dann geht es weiter. Das waren ja die Bedingungen, die er gestellt hat. Und dann kam der Krieg. Und Zelenskyj war ja bereit, auf die Krim zu verzichten. Und dann war die russische Antwort, Butcher-Irpin-Mariupol, Kriegsverbrechen. Herr Ernst, das dürfen wir nicht verharmlosen, das ist herzlos. Sie waren hier in der russischen Botschaft im letzten Jahr... Darf ich auf das Argument noch mal fragen? Ich möchte Ihnen eine zusätzliche Frage, damit wir uns nicht im Kreise drehen. Wir drehen uns aber nicht im Kreise, ich kann ja die Argumente nicht beantworten. Darf ich Ihnen trotzdem eine, weil das geht auf dieselbe Richtung. Sie waren da in der russischen Botschaft zur Siegesfeier der Russen über die Deutschen, also der Sowjetunion, über die Deutschen im Zweiten Weltkrieg. Ich wollte Sie fragen, haben Sie da Anzeichen gesehen, gehört, dass man eben bei diesen Verhandlungen, über die Sie ja reden, dass man da mehr möchte, als das, was Herr Kiesewetter sagt? Also meine Informationen, die ich jetzt hier zum Teil verbreite, sind Informationen, die können Sie im Internet nachlesen, von dem General Kujat, von Herrn Fad. Nein, 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 haben Sie in der Botschaft selber wurde darüber nicht geredet? In der Botschaft selber wurde darüber jetzt nicht geredet. Deswegen kann ich dazu nichts sagen. Haben Sie gesagt? Ich konnte zu der Aussage was sagen von Herrn Kiesewetter, der ja darum behauptet, dann geht der Russe weiter und irgendwann steht er vor dem Brandenburger Tor. Das ist ja so die These, die dahinter steht. Das habe ich nicht gesagt. Nee, aber wenn wir da nicht siegen, dann kommt der zu uns, weil er ja dann einmal gewonnen hat. Nein. Die Informationen, die wir von Militärs haben, sagen uns, dass das Interesse der Russen nicht ist, Europa zu besetzen, geht auch logistisch gar nicht, sondern das Interesse ist, dass sie ihre eigenen Sicherheitsinteressen in den Vordergrund stellen wollen. Und das bedeutet, dass wir eben nicht einfach, das lächst die NATO auch gar nicht so zu, da kann jeder kommen, kann da rein, sondern dass die NATO auch entscheiden kann, wen sie reinlässt. Die Frau Merkel als Kanzlerin hat damals verhindert, dass die Ukraine in die NATO kommt. Die USA wollten das von Anfang an. Jetzt gucken Sie wieder nach hinten. Das Argument war ja eines, das ist nicht widerlegt. Ich würde es noch mal widerlegen, dass die Russen kommen. Jeder hat Angst zu tun. Das habe ich ja als Kind schon gehört, der Russe kommt. Der ist nicht gekommen. Sie gucken schon wieder nach hinten. Wir hatten Ruhe. Und ich würde mich einfach... Es geht nicht um Ruhe, es geht um Frieden und Freiheit. Von diesen Spekulationen halte ich nichts. Die spekulieren, der macht es. Das ist keine Spekulation. Weil Russland ist ja sehr deutlich gesetzt. Lassen Sie mich heute mal außerdem versucht doch das bei Ihnen auch. Der Punkt ist doch das, dass selbst der Verhandler der Ukraine, der in den Verhandlungen mit Russen dabei war, der sagt das Gegenteil von dem, was Sie sagen. Nein, das ist nicht richtig. In der Presse nachlesbar. Nein. Geben Sie uns doch mal eine Idee davon, weil die Waffenlieferungen gehen ja weiter. Also was haben wir zu erwarten für dieses Jahr? Wenn es so weitergeht, wie Sie sich das... Zunächst einmal der oberste Befehlshaber der Bundeswehr, der General Breuer, ist mit dem Inhaber der Befehls- und Kommandogewalt, dem Verteidigungsminister, hocheinig, dass wir mehr tun müssen für die Ukraine. Und wenn das nicht der Fall ist, wir eine Bundeswehr brauchen, die ganz anders ausgestattet ist, nämlich kriegstüchtig werden muss, weil die Einschätzung der obersten militärischen Führung und auch des Verteidigungsministeriums eindeutig in diese Richtung geht. Der zweite Aspekt ist, dass wir Deutschen uns sonnen, auf einer Strecke zwischen Flensburg und Mailand vier Raketenwerfer Mars und 18 Kampfpanzer geliefert zu haben, auf einer Länge von 1200 Kilometern, aber nichts dafür getan haben, dass Munition, Ersatzteile und Nachschub kommt. Wir behaupten, wir seien die zweitstärksten Unterstützer der Ukraine. Das sind wir, weil zwei Drittel des Geldes Bürgergeld ist für die ukrainischen Flüchtlinge in Deutschland. Und nur ein Bruchteil, dreieinhalb Milliarden, sind für die Ukraine geliefert worden. Und wenn wir also etwas erreichen wollen, und das ist der Punkt, müssen wir begreifen, lieber Herr Ernst, dass es hier um Millionen Menschen geht, die ihre Heimat verloren haben, die kein Wasser mehr haben, die in Kellern bibbern, die ihre Kinder verloren haben, die mit neuem Namen und neuem Geburtsdatum in Russland zur Adoption freigegeben wurden. Und Russland, wenn sie aufhören würden zu kämpfen, dann hätten sie ganze Landstriche besetzt. Aber hinter den besetzten Landstrichen sind Kriegsverbrechen. Deswegen muss die Antwort lauten, mehr und vor allen Dingen nicht, solange es nötig ist. Wenn die Ukraine zerfällt, ist es nicht mehr nötig. Da liegt der Kanzler falsch und Pistorius richtig und Baerbock. Sondern zu sagen, wir müssen die Ukraine unterstützen, so schnell wie möglich, mit so viel wie möglich. Wir müssen unsere Bevölkerung aufrütteln, dass sich sonst der Krieg ausweitet. Sie haben eine neue Partei jetzt gegründet, nachdem Sie eben bei der SPD und bei den Linken waren, Bündnis Sarah Wagenknecht. Mit wem sehen Sie sich denn in einer Meinung gegen die Politik, die die CDU verteidigt, die SPD verteidigt, die Grünen und die FDP? Und 50 Prozent der Bürger, die sagen, wir müssten mehr verhandeln und weniger Krieg führen. Und im politischen Spektrum? Das wird sich zeigen, das ist ja in Bewegung. Aber nochmal, jetzt will ja Herr Giesewetter Taurus liefern, wenn ich das Thema ansprechen darf. Wissen Sie, was Herr Biden zu dieser Frage der Lieferung von Taurus gesagt hat? Das Parallelsystem der USA liefert ja die USA nicht. Sie wollen es trotzdem liefern. Herr Biden sagt dazu, er will keinen Dritten Weltkrieg riskieren. Die Amerikaner liefern Raketen mit Reichweiten von 300 Kilometern. Das praktische System, das mit Taurus vergleichbar ist, liefert Amerika nicht. Ich sehe, wenn Frau Wagenknecht im Bundestag sprach, hat sie kaum Beifall von der Linken bekommen, sondern von der AfD. Und ich sehe hier bizarre Sichtweisen, die sehr nah an Russland sind. Eine Frage, die auch der Wähler am Ende entscheiden wird in den vielen Wahlen in diesem Jahr, am Ende dieser Sendung. Kein Konsens zwischen Ihnen. Danke trotzdem fürs Kommen. Kein Konsens. Vielen Dank, Herr Kiesewetter. Vielen Dank, Herr Ernst. Vielen Dank.